Die Statue ist des Kriegers Morlock. Ich bin Morlock und alles was ihr über mich wissen müsst, ist meine umvergleichliche Kriegskunst. Zeig mir doch die Monster, damit ich sie besiege. Okay, ja. Ich seh's ein. Blindwürmer sind böse. Wie kann ich ihr Brauch? Nur zu fragen. Gewesen. Handle nicht um mir zu denken, Dummkopf. So, jetzt hab ich... Jetzt setz ich erstmal die auf die Blindwürmer. Dann werde ich mich hier hinten ein bisschen Waffe. Wie kann ich helfen? Das ist so, jetzt noch eine Verteidigungskoordination. Und zaubern. Nein, zaubern. Und zaubern. Gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, drei sind noch übrig von denen. Warum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das wird kein schneller Tod. So, und jetzt nochmal. Für euch tue ich alles. Und ich zaubern. Gut. Jetzt war ich die netteste Art, aber wir sind ja... Wir gehören ja nicht zu den Netten hier. Oh, Limpfe im Köpfe. Sprecht und verschwindet. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Hm. Noch mehr Pfeile. Einfach nur ein Langschwert. Gut. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Den Wurmköpfe, die lasse ich mir nicht hingehen. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, das Coole ist an dem Raum, äh, der ist wirklich durch dieses Skelett hier eingeschränkt. Und ja, ich hätte wahrscheinlich die... Die Wurmköpfe, die wir mal auch alleine besiegen können. Nötig, aber nicht für nötig. So. Ich weiß, diese Ebene hat viele Gegner und wenig Fallen... ...gehabt. Mit Vergnügen Wie kann ich, wie ihr wünscht? Ja, aber natürlich, Schätzchen Hörer Ghoul ist doch böse Worum geht es diesmal? Okay Songer der Nacht Gebt mir Kraft Also ja, als nächstes kommen die Elementarräume theoretisch dran Aber wir können noch die beiden anderen Abschnitte machen Auf jeden Fall Ihr braucht nur zu fragen Gegen ist eigentlich der, der am schlechtesten dran ist, was die Rüstung angeht Warum auch immer sie jetzt gerade nur minus Neun hat Äh, minus sieben Vorhin hatte sie doch mal minus neun So, noch ein höherer Ghoul-Tod Eine Schriftrolle Wie kann ich, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Ja, hier wären ein Haufen Untote drin Sag, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt Die haben allerdings ein Problem, Dorn nicht zu treffen Worum ihr braucht, nur zu fragen Oh, doch ein paar Fallen Wenn das euer Wunsch ist Naja, sie stimmt, sie ist voll bis oben hin Ja, wie ihr wünscht Noch mehr beißende Bolzen Ein Gegengift Wie kann ich, wie ihr wünscht Und ja, die vier Kammern der Elemente Sprecht und verschwindet Versucht, Schritt zu halten So, schicken wir mal Dorn vor Jetzt schicken wir Dorn wieder zurück Was ist es diesmal? Hm, lassen Nera da einen Feuerball reinfetzen Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt Ihr habt geläutet? Versucht, Schritt zu halten Wo ihr braucht, nur zu fragen Ja Versucht, Schritt zu Ich höre zu Dorn ist halt fast Ganz schwierig zu treffen Was, jetzt rette ich die Lage Sag, versucht, Schritt zu halten Ihr habt geläutet Sprecht und verschwindet Und ich mach einfach mal die Ei aus Okay, noch mehr fallen Ich höre zu Und da hat's Dorn umgehauen Na komm, Nera, gib ihm den Rest Ich bin nett So Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht Was ich auch immer da aufgesammelt habe, wollte ich nicht aufsammeln Oh Gott, auch noch solche Pfeile Die Päck ist voll Ja Also ja, jetzt sind wir auch wieder hier Jetzt haben wir wieder eine Pfeile ausgelöst Oh, jetzt bin ich auch noch krank Okay Schleuderkugeln für Nera Wolzen plus eins für mich Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern Was mir gerade so einfällt Erstmal alles identifizieren So, die können zu dir Die können auch zu dir Aber was mir gerade zum Beispiel einfällt Das können wir zu Dorn Das ist zu K-Gain Das kannst du K-Gain So, mal gucken K-Gain Wobei, die können dann zu dir So, Feuerpfeile Okay, kann nicht verwendet werden Schade Das heißt, sie hat ein bisschen mehr Platz Weil Munition jetzt bei den beiden ist Womit ich leben kann Ja, wie ihr wünscht Gut Bevor wir jetzt aber Das letzte Ding hier drüben machen Und dann die ganzen Prüfungen hier Äh, ist es mal wieder an der Zeit zu speichern Also speichern Warum kann ich das Spiel jetzt gerade nicht speichern Äh Nicht schön Jetzt kann ich speichern Gut Jetzt kann ich speichern Wahrscheinlich wegen dem Feuerball Der immer wieder triggert Das ist jetzt Let's Play 034 Let's Play 034 Speichern Und dann sehen wir uns gleich wieder So